Die ersten Raketen sind hier. Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Command & Conquer 3. Bei der Mission hier unten habe ich mir die Zähne ausgebissen, deswegen überspringe ich die einfach mal und versuche jetzt mal die Nachschubbasis zu machen. Wenn wir die Nachschubbasis hier zerstören, verhindern wir, dass der Raketenstützpunkt von hier aus noch Verstärkung erhält. Gut, relativ simpel Einweisung, dann versuchen wir uns mal hieran in der Hoffnung, dass das etwas besser klappt. Wir haben alle Zivilisten ins Shuttle gebracht, Sir. Das sind vielleicht ein paar furchterregende Steinies. Kane hat mit dem Tiberium ihre DNA verändert, um Cyborgs herzustellen. Sie sagen, sie hätten Informationen über ein unterirdisches Nordkraftwerk, das die Tiberium-Raketenfabrik versorgt. Und sie wollen kämpfen. Dann sollten wir ihnen die Chance geben, es Kane heimzuzahlen. Rüstet sie aus, wir schnappen uns die Nachschubbasis. Und dann wollen wir sehen, was es mit diesem Kraftwerk auf sich hat. Oh, schön am Geld. Was bist du denn hier für ein Disruptor? Da bin ich mal gespannt, was du hier kannst. So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein schniekes Plätzchen für ein Hauptquartier finden. Für eine Basis. Ja, wird erledigt. Ja, ja, hier. Okay, der Disruptor, der scheint ganz nett zu sein, muss ich sagen. Wird erledigt. Rüst, ja. Aber ich bräuchte trotzdem mal ein bisschen Fläche, wo ich mal eine Basis hinstellen kann. Oh, was warst du denn? Du warst, äh, giftig für Fahrzeuge, ne? Ei, ei, ei. Und Gas. Ja, Sir. Muss ich jetzt mal hier geschickt drumherum manövrieren? Weil so geschickt muss ich nicht sein, das ist ja relativ simpel. Ist das ein Fahrzeug, was das abbaut? Wird erledigt. Einheit verloren. Ja, ja, Sir. Schon unterwegs. Wird erledigt. So, dann kommen wir durchs Roktor. Einmal Gas geben, danke schön. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Ja, hier. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. So, vielleicht haben wir jetzt hier endlich mal ein bisschen Fläche gleich. Wird erledigt. Was bist du denn hier? Ein unbekanntes Terrain? Nein. Wird erledigt. Feindliches Gebäude. Ja. Wird erledigt. Wird erledigt. Ich bin mir gerade wussten, ob ich hier mein Lager wirklich aufschlagen will. Weil ich höre hier ein Tor. Und das ist nicht so geil. Und außerdem haben wir hier nicht so viel Tiberium um die Ecke. Wir sehen uns jetzt mal noch ein bisschen weiter um. Ist zwar schön, dass wir hier blaues Tiberium haben, aber... Warte, ist das ein Chemiebehälter? Ja, vermutlich, ne? Motor an. Bereit, Sir. Hm. Ja, Sir. Wir sind mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das Sinn macht oder nicht, hier das Lager aufzuschlagen. Aber gut, wir machen jetzt erst mal das hier kaputt und dann schauen wir uns weiter um. Können wir auch über die Mauer hinweg schießen? Ich hoffe mal. Ja, das sieht gut aus. Ja, hier. Und hier. So, dann machen wir euch auch mal platt. Interessant, dass ich die Mauer nicht direkt angreifen kann, die aber trotzdem von den Schallwellen zerstört wird. Aber langsam glaube ich fast, dass es noch doch Sinn hier eine Basis aufzuschlagen. Motor an. Weil wir hier sehr viel blaues Tiberium um uns herum haben. Öff, erledigt. Und Gas. Reize. Ja, komm, wisst du was? Reize. Wir schlagen überhaupt gerade die Auffrage. Wenn jetzt hier noch ein Bäumchen steht mit Tiberium, was bist du noch mal für einer? Weiß man nicht, ne? Erledigt. Neue Baumöglichkeiten. Öff, erledigt. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Ganz simpel an. Mit einer Refinery. Upsa. Motor an. So, bleibt die Frage, wird das Tiberium hier ausreichen? Ich meine, viel blau ist zwar schön, aber ich habe Angst, dass die gleich hier hinten den Pfannen sind, dass da richtig blöd wird. Und Gas. Reize. Wir haben zwar erstmal noch was hier in der Nähe, aber diese komische Pampe auf dem Boden lässt mich nicht gerade zuversichtlich reinblicken. Ja, hier. Was, wo, wer? Bau abgeschlossen. Wer schießt denn hier? Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Ja. Ja, Sir. Kein Problem. Ach, ein Not-Mod fährt hier durch die Gegend ja nett. Beinleit bereit. Also nicht nett, aber, ne? Doof halt. Beinleit bereit. Neue Baumöglichkeiten. Neue Baumöglichkeiten. So, ah, okay. Wir sind hier eher an der Südflanke. Einheit bereit. Wieder was gelernt. Wird gebaut. Einheit bereit. Raketenstart geortet. Was? Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Wo ist da Rakete? Und vor allem, wo geht sie nieder? Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Okay, scheinbar haben wir einen Raketenstart geortet, der aber... Nicht bei uns einschlägt, das ist gut. So, ich behalte dann einfach meine Truppen hier bei uns. Nicht, dass sie auf die Idee kommen, vorzufahren und dann stehen wir da, weil... Warte mal, mach du mal hier. Bauen wir das mal ab, weil dann haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Bauplatz. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen eng bauen. Ich habe das ja auch nicht optimal positioniert. Ja, wen haben wir da? Bau abgeschlossen. Okay, jetzt passt du gerade auf die hin. Sehr schön. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Oh, jetzt erstmal den zweiten Sammler ran. Echt jetzt, Leute? Ihr fahrt da hin, hier nach rechts. Nicht nur um den Berg rum, sondern ihr fahrt hier nach rechts, um den Platz zu machen. Wie dumm seid ihr bitte? Weil, wisst ihr was, wenn er hier das Zeug hier weg macht, dann würde ich sagen, sollte ich ihn noch einfach machen lassen, oder? Wenn er es denn weg macht. Einheit bereit. Ja, ich bin zu 100% von überzeugt. Ja, hier. Ja, Sir. Dann fahr auch du mal ein bisschen ernten. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Es steht eigentlich dabei, wie viel Strom das braucht. Ne, ne, nur wie viel Geld das kostet. Na gut, dann machen wir erstmal die drei Turbinen, oder die zwei Turbinen hier zusätzlich rein. Und dann machen wir das Forschungszentrum. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Sir. Wird erledigt. Zu wenig Geld. Komm, mach den einfach platt, pfeift drauf. Ja, einfach platt ist gut. Also der ist offensichtlich zu schnell für euch Lammensäcke. Toll. Ich überlege gerade, will ich wirklich auf die Disruptor sitzen, oder vielleicht doch lieber Schwebepanzer. Schwierig, schwierig. Bau abgeschlossen. Ich schaue gleich erstmal, wie teuer die sind, und dafür mache ich das dann abhängig. Neue Baumöglichkeiten. So, den Disruptor haben wir. Und den Feuersturmgenerator. Nice. Wird gebaut. 1300, was ist 900? Naja. Naja. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Ihr beide könnt schon mal ein bisschen vorrücken. Vielleicht findet ihr ja noch was Gescheites hier hinten. Ja. Da hier bisher noch nicht wirklich was gab, würde ich tatsächlich darauf verzichten, in welcher Verteidigungsgebäude zu bauen, weil ich jetzt einfach nur optimistisch bin. Bleibt die Frage, ob sich dann der Spruch bewahrheitet, dass Optimismus nur ein Mangel an Informationen sei? Einheit bereit. Einheit bereit. Erledigt. Erledigt. Und zwar. Erledigt. So, was haben wir hier noch schön. Raketenstart geortet. Autschi! Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit bereit. Das ist ein Mangelkenner. Einheit bereit. Ja, ihr. Ja, ihr. Was bist du für einer? Ein Techniker. Wo auch immer du jetzt herkommst. Ja. Wird gebaut. Ja, ihr. Ja. Wo haben wir hier eine Basis vorfinden? Einheit bereit. Sir. Erledigt. Einheit bereit. Ich bin gespannt. Zu wenig Geld. Nein, ich hab gleich genug Geld. Vertrau mir. Hm, hier wär vermutlich ein besserer Platz für die Basis gewesen. Hier wäre definitiv ein besserer Platz für die Basis gewesen. Toll. Wenn hier nämlich ein Tiberiumfeld ist. Ja, nice. Wenn hier ein riesiges Tiberiumfeld auch noch ist. Super. Oh, da kommt ja doch einer. Ja. Erledigt, Sir. Einheit bereit. Ja. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Ja, ihr. Sir. Sir. Gut, dass die Patrouille uns einfach mal ignoriert. Bereit, Sir. Ja, ihr. Ja, ihr. Ja, ihr. Hallo, du darfst auch schießen. Ey, warum? Der fährt nur rum anstatt zu schießen. Was ist denn mit dir, Junge? Ja. Motor an. Sir. Easy, baby. Also manchmal verstehe ich die echt nicht. Sir. Werf erledigt. Das. Bereit, bereit. Sir. So, dann lasse ich erst mal reparieren. Und was machen wir noch? Wir holen uns erst mal weitere Schwebepanzer. Wird gebaut. Den einen oder anderen. Wird repariert. Ach, nö. Einheit repariert. Nein, 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 nein. Gebäude erobert. Ja, geil, ey. Könnte ich jetzt schon eigentlich neu starten, oder? Weißt du was? Ich starte tatsächlich neu. Ah, sehe ich jetzt, wo ich hinkomme. Also heißt, ich habe einen deutlich besseren Punkt, um meine Basis aufzubauen. Ja, Sir. Verstärkung ist eingetroffen. Ja. Wird erledigt. Ja, ihr. Und wie gesagt, das war jetzt ein Epic-Fail. Deswegen hasse ich diese Mow-Woof-Panzer. Motor an. Motor an. Motor an. Ja, ihr. Motor an. Kein Problem. Ja, ihr. Motor an. Ja, ihr. Einheit, bitte. Einheit verloren. Schuss hat er mich noch platt gemacht. Toll. Ja, ihr. Motor an. In Ordnung, Sir. Wird erledigt. Motor an. Cyborg zu heilen. Wir machen einfach weiter, als wäre nichts passiert. Ja, Sir. Ja, Sir. Cyborg zu schnellen. Wird erledigt. Wird erledigt. Sir. Ja, Sir. Ja. Sir. Ja, Sir. Jetzt sind wir in Ruhe. Der soll ruhig hier die Chemie-Pampe einsammeln. Einheit verloren. Ja, wenn du es wegst. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja, der Zweite darf ruhig auch schießen. Du musst nicht einfach stehen bleiben. Du darfst gerne schießen. Mein Gott, ich hasse das, ey. Dass sie sich immer so mega dumm anstellen müssen. Ja. Motor an. Sir. Wird erledigt. Sir. Einheit verloren. Ja. Wird erledigt. Sir. So, immer schnell noch die beiden Behälter hier kaputt. Nein, 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 nein. Erledigt. Nein, Sir. Wird erledigt. Ein bisschen schneller der, ja. Das wäre sehr nett. Danke. Sir. Ja. Ja. Ja, hier. Ja. Einheit bereit. Vielleicht sollte ich hier und da doch mit ein paar Betonplatten arbeiten. Einheit bereit. Als Lehre aus dem, was gerade passiert ist. Wow. So, komm, einmal den Berg hochklettern. Mein treuer MBF. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, Sir. Ja. So, ich muss ja gucken, wo genau das Feld anfängt, dass ich entsprechend das Fahrzeug, beziehungsweise mein Hauptquartier positioniere nicht, dass ich zu weit davon weg bin. Oh, hier hinten. Gut. Sir. Alles klar. Sir. Wird erledigt. Neue Baumöglichkeiten. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. So, ich weiß, ob er schon mal auf die Fresse kriegt. Nehme ich nicht. Ding, ding, ding. Ja, hier. So. Bist du schon mal platt? Einheit bereit. Wir haben hier relativ viel freie Fläche. Also entweder müssen wir diverse Gebäude erstmal noch bauen, was wir sowieso machen werden, früher oder später. Oder wir müssen wirklich viele Betonplatten positionieren und auch Türmchen. Auf jeden Fall Türmchen nahe unseres Hauptquartiers. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Oh ne, wir machen erst Radar. Gestoppt. Wird gebaut. Raketenstart geortet. Ach nö. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Alter, ist das mies. Direkt aufs Hauptquartier auch noch. Aber du fiese Möp, ey. Der mit seinen verdammten Raketen. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. So, wir können jetzt mal ein neues Kraftwerk und dann als erstes die Fahrzeugfabrik. Bau abgeschlossen. Zack, her damit. Wird gebaut. Ja, hier. So, ihr bleibt mal zur Sicherheit hier in der Nähe stehen. Falls ihr schon jetzt früher mit einem Marlwulfpanzer um die Ecke kommt. Oder Marlwulftransporter oder wie auch immer das Teil heißt. Oder Marlwulfpanzer heißt er nicht. So heißen die, die sich eingraben und dann schießen können. Mein ich. So, dann holen wir uns gleich direkt einen zweiten Sammler hinzu. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. So, du kostet 1,4. Das sollte reichen mit dem, was du jetzt hier gerade reinpumpst. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. So, einige Betonpappen holen wir uns schon mal dazu. Wobei, lass uns erstmal noch ein paar Turbinen machen, dass wir die Stromversorgung hier sichern. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Zu wenig Geld. So, nichts zu wenig Geld. Ich hab doch genug Geld. Erzähl doch nicht. Laber nicht. Ich mach jetzt gleich schon mal ein paar Türmchen hier hin. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. So, was haben wir da? RBG fangen wir auf noch. Sehr schön. Wird gebaut. So, machen wir dich erst einmal. Wird gebaut. Wird gebaut. Jetzt machen wir hier hinten. Bau abgeschlossen. eine Luftabwehrkanone hin. Vielleicht kann er ja die Raketen abfangen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das geht. Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ach man, jetzt fehlt noch so ein bisschen, ey. Gibt's doch nicht. Ja, hier. So, einmal alles abladen. Dankeschön. Ach, jetzt wartet es auch noch, bis der, der weiter weg ist, rankommt. Ja gut, dann mach mal. Er hat ja auch schließlich zuerst den Befehl bekommen. Von mir aus. Ich könnte mal speichern. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Bau abgeschlossen. Ach, jetzt kommt er auch noch von da unten, der Lümmel. Ja, ey, fahr nach rechts, wenn die nach links laufen. Wie dumm bist du bitte. Ja. Okay, er kann ich ein bisschen nicht abfangen. Einheit verloren. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Leute, das läuft schon gerade richtig gut. Nicht. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Untertitelung des ZDF, 2020